Künstliche Wesen Zusätzlich zu den nichtmenschlichen Wesen, die mithilfe der astralen Sehkraft bzw. auf der astralen Ebene wahrgenommen werden können, gibt es auf der astralen und der irdischen Ebene eine bedeutende Kategorie von Wesen oder Haltwesen, die als künstliche Wesen bekannt sind. Diese künstlichen Wesen sind weder auf natürliche Art und Weise geboren worden, noch durch die schöpferischen Naturkräfte entstanden. Sie sind Produkte des menschlichen Geistes und tatsächlich eine hochkonzentrierte Art von Gedankenformen. Sie sind keine Wesen im engen Sinne und verfügen weder über Leben noch Vitalität, es sei denn, sie leihen es sich von ihrem Schöpfer oder er gibt es ihnen. Die Mehrheit dieser künstlichen Wesen bzw. Gedankenformen wird unbewusst von Menschen geschaffen, die eine starke Wunschkraft besitzen und die begleitet wird von genauen mentalen Bildern des Gewünschten. Ein Großteil der Wirkungen von Gedanken- bzw. Verstandeskraft ist zurückzuführen auf solche Wesen. Kraftvolle Wünsche zum Guten sowie kraftvolle Flüche für Böses neigen dazu, Form und Anschein von Lebenskraft in Gestalt dieser künstlichen Wesen zu manifestieren. Sie unterliegen jedoch dem Gesetz der Gedankenanziehung und tauchen nur dort auf, wo sie auch angezogen werden. Zudem können sie neutralisiert und sogar zerstört werden, und zwar durch positive Gedanken, die auf die Art ausgerichtet werden, wie es alle fortgeschrittenen Schüler kennen. Eine weitere und ziemlich große Gruppe dieser künstlichen astralen Wesen besteht aus Gedankenformen übernatürlicher Wesen. Sie entstehen durch die kräftigen, geistigen, oft wiederholten Bilder ihrer Schöpfer, denen das Ergebnis oftmals nicht bewusst ist. Nehmen wir eine sehr gläubige Mutter. Sie betet, dass die Engel ihre Kinder behüten und beschützen mögen, und aufgrund ihrer starken religiösen Vorstellungskraft sieht sie bildlich, wie die himmlischen Besucher neben ihren Kindern wachen. Diese Mutter erschafft tatsächlich Gedankenformen solcher Schutzengel um ihre Kinder herum, die zudem einen gewissen Grad an Lebens- und Geistschwingungen von der Mutter erhalten. Auf diese Weise dienen die so erschaffenen Schutzengel dazu, die Kinder zu beschützen und sie vor Gefahr und Versuchung zu warnen. Viele fromme Mütter haben so durch ihre Gebete und innigen Wünsche mehr erreicht, als ihnen bewusst ist. Den frühen Vätern der westlichen und östlichen Kirchen war diese Tatsache bekannt, und sie geboten ihren Anhängern demzufolge, diese Form von Gebeten und Gedanken zu benutzen, auch wenn sie den Grund hierfür nicht erklären konnten. Selbst wenn sich die Mutter auf höhere Ebenen begibt, kann ihre liebende Erinnerung ausreichen, um diese Gedankenformen zu erhalten, so dass sie weiterhin ihre geliebten Menschen beschützen. Auf ähnliche Weise sind viele Familiengeister erschaffen und am Leben gehalten worden, indem eine ständig wiederholte Geschichte und der Glaube an ihre Existenz von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Zu dieser Gattung gehören die berühmten historischen Geister, die königliche bzw. adelige Familien vor Tod und Leid warnen. Die vertrauten Familiengeister, die in den Gängen von alten Schlössern an bestimmten Jahrestagen wandeln, gehören gewöhnlich auch zu dieser Gattung, wenn auch nicht immer. Viele Geisterhäuser werden auf diese Art erklärt, so wie auch der Geist von jedem ausgetrieben werden kann, dem die Gesetze der Gedankenformen vertraut sind. Man darf nicht vergessen, dass diese künstlichen Wesen allein vom Menschen erschaffen werden, und ihr Aussehen und ihren Geist von der Gedankenkraft ihres Schöpfers erhalten. Wiederholte Gedanken und Glaubenssätze nähren und stärken diese Wesen, ansonsten vergehen sie mit der Zeit. Viele übernatürliche Besucher, heilige, halbgöttliche Wesen und so weiter aller Religionen wurden auf diese Art erschaffen und in vielen Fällen durch den Glauben der Anhänger von Kirchen, Gotteshäusern oder Schreinen am Leben erhalten. In vielen Tempeln fernöstlicher Länder wurden die Gedankenformen von kleineren Göttern und Heiligen erschaffen und blieben durch kraftvolle Gedanken wie Gebete, Opfergaben und Zeremonien durch viele Jahrhunderte lebendig. Diejenigen, die an diese Kräfte glauben, werden in Einklang mit ihren Schwingungen gebracht und somit Gutes oder Böses bewirken. Die Kraft der Teufelindigener Völker, von denen einige praktisch Teufelsanbeter sind, entsteht auf die gleiche Art und Weise. Auch in der frühen Geschichte der westlichen Religionen findet man viele Hinweise auf das Erscheinen des Teufels und seines teuflischen Werks. Hexen, diabolische Wesenheiten und so weiter, all das waren durch Gedanken erschaffene Entitäten. Zauberei, schwarze Magie und so weiter ist auf diese Weise entstanden, wobei der Glaube natürlich eine große Rolle bezüglich des Ausmaßes spielte. Die Voodoo-Praktiken aus Afrika und später Martinique sowie die Kahuna-Praktiken aus Hawaii basieren auf den gleichen Prinzipien. Die Wirkungen von Zauber- bzw. Zaubersprüchen sind den gleichen Gesetzen unterworfen wie die Wirkungen des Glaubens. Auch gewisse Formen sogenannter Geister, die bei bestimmten Arten spiritistischer Seancen herbeigerufen werden, entspringen diesem Prinzip und waren zu keiner Zeit Mensch. Das Verstehen dieser Ursachen hilft bei der Interpretation vieler rätselhafter psychischer Erscheinungen.